Stadien Ranking Stadien Ranking, das sind eure schönsten Stadien der österreichischen Bundesliga Spox hat die User zu einem Voting zur Schönheit der österreichischen Bundesliga Stadien aufgerufen. 1 war der schlechteste Wert, 5 der beste. Welche Vereine haben die besten Durchschnittsnoten abgeräumt? Hier gibt's die Auflösung, Platz 12 Pro Fertil Arena TSV Hartberg, Kapazität, 4.500 durchschnittliche Punktezahl, 1,77. Platz 11 Lavantal Arena, WRC, Kapazität, 8.100 durchschnittliche Punktezahl, 1,88. Platz 10 Pappelstadion SV Mattersburg, Kapazität, 15.100 durchschnittliche Punktezahl, 2,01. Platz 9 BSFZ Arena FC Admirabaka, Kapazität, 10.600 durchschnittliche Punktezahl, 2,02. Platz 8 Cashpoint Arena, SCR Alltag, Kapazität, 8.500 durchschnittliche Punktezahl, 2,23. Platz 7 TGW Arena, Last, Kapazität, 7.152 durchschnittliche Punktezahl, 2,29. Platz 6 Generali Arena, FK Austria Wien, Kapazität, 17.500 durchschnittliche Punktezahl, 2,75. Platz 5 Merkur Arena, SK Sturm Graz, Kapazität, 15.323 durchschnittliche Punktezahl, 2,78. Platz 4 NV Arena, SK in St. Pölten, Kapazität, 8.000 durchschnittliche Punktezahl, 2,80. Platz 3 Red Bull Arena, FC Red Bull Salzburg, Kapazität, 30.188 durchschnittliche Punktezahl, 2,83. Platz 2 Tivoli FC Wacker Innsbruck, Kapazität, 16.008 durchschnittliche Punktezahl, 3,11. Platz 1 Allianz Stadion, SK Rapid Wien, Kapazität, 28.345 durchschnittliche Punktezahl, 3,37.